Hier anbringen So, kann jetzt Haushaltswaren, einen elektrischen Herd hier rein Kann es So, dann kann der Ding so hingestellt werden, sehr schön Dann kann das jetzt hier wieder verkauft werden Eine Herdplatte Damit der gute Herr auch kochen kann Wasserkocher, kleiner Wasserkocher Abzugshaube, irgendwas Anschlüsse Klimaanlage, nein Bodenfliesen Äh, ist auch genau das gleiche Elektro, ja, was ist das denn für ein Scheiß, Alter Gibt's hier irgendwie keine Dumms, doch hier Ja, geil, Alter So, hier die Fliesen hoch So, dann Alter, gibt's nicht irgendwie Ich brauche eine andere Lampe, ernsthaft Die gefällt mir hier überhaupt nicht Ich weiß nicht Verkaufen wir die jetzt einfach mal Und setzen die jetzt hier in die Mitte des Raumes So, den Lichtschalter setzen wir auf jeden Fall höher Ja, komm Ja, komm Und das reicht ja auch Und das reicht ja auch So Trockner Trockner Ich weiß überhaupt nicht Spülbecken Spülbecken Toilette, achso Und Dusche Ich würde jetzt erstmal hier Äh, das können wir hier im Bad benutzen alles Ich würde wirklich sagen Die Wände machen wir aus dem und das Machen wir als Boden Würde ich sagen Ne, komm, wir machen das jetzt einfach mal So Das wird unsere Wände Beinhalten Ja, okay, gut Nein Falsch gedrückt Das dauert auf jeden Fall jetzt Doch, man kann skillen Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Ich kann skillen Aber wir haben ja noch schon eine Lampe drinnen Naja, egal Haben wir genau die gleiche Lampe wie hier Aber Passt schon So, Digga Davon brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Dings Ne Okay Das ist richtig 8700 haben wir noch Oh, da kamen wir ja Easy hin Wir haben nur 5000 Euro, glaube ich, ausgegeben, ne? Bis jetzt 5.000 bis 4.000 Geht auf jeden Fall klar Ja Die Musik geht ja überhaupt nicht So, dann das noch Alle schön Fliesen hier Das dauert jetzt ein bisschen Arbeit, aber Die Arbeit nehmen wir uns jetzt Kann man das hier auch fließen? Okay Okay, das Außen muss ich wahrscheinlich weich streichen Das muss ich, glaube ich, mal machen Aber dazu kommen wir nachher, wenn wir hier innen drin fertig sind Weppen nehmen wir uns draußen das Haus Ach, guck mal an Die Interessenten, wer da wieder ist Opium Omi Haben wir doch wieder Bock Hehehe Nice, Alter Direkt von euch Wird auf jeden Fall schön aussehen hier Und am Ende Schmeißen wir noch ein paar Dekorationen hier rein Heißt Pflanzen, Bilder, Deko Einfach generell Dekoration Küche ist leider zu klein Das ist ein bisschen Scheiße für Noch eine Ablage wünschte ich mir Könnte man dann den Wasserkorrer hinstellen Mit dem Messerbehälter Aber das kann man alles Ja, in den anderen Räumen Häusern sozusagen bauen Und wenn wir nachher wieder in unserem Büro sind Dann machen wir unser Büro ja schön Und dann bauen wir auch an Und das wird glaube ich geil Das wird schön aussehen Hoffentlich Habe ich mir auch schon überlegt Wie ich das baue Auf jeden Fall auf meinen Stil hinaus Und so So So, dann brauchen wir nochmal Fliesen Kostet ja nix, ne? Das kostet ja überhaupt nix So Auftragen Fähigkeitspunkte 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 Ja, ja, die Fähigkeitspunkte Mache ich erst wenn Dings Wie heißt das? Habe ich jetzt? Oh, lol Da muss man ja auch noch Karren verlegen, ne? Okay Okay Machen wir gleich Das stört mich aber jetzt Ich glaube ich streiche das gleich wirklich weiß Ne, warte mal, Digga Warte, ich mach das gerade hier noch fertig Dann streiche ich das gerade hier weiß und alles außen auch noch weiß hier, also hinten Dann haben wir das auch schon mal fertig Weil das Dass das Rot jetzt hier durchstrahlt, das ist, ne Das sieht nix aus, sieh bei So, die letzten Fliesen hier Bam Dann verkaufen wir das Kaufen Shop Farbe Weiß Und streichen das Ganze jetzt mal weiß So sieht's halt immer noch am besten aus Gell, Leute So, wo ist es denn noch da, ne? Dann tragen wir die letzte Farbe auf Dam, 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 dam Jetzt ist hier nix durchgestrahlt, ne? Ne Hier sieht man ja auch kaum Nice So, dann nehmen wir den Einmal mit raus Machen Taschenlampe an Da sieht man ja eigentlich gar nix, ne? Ne Nöp! Alles klar Dann brauchen wir das ja gar nicht Kann ich den einmal ja hier auch wieder verkaufen So, Leute Keine Heizung hier rein Okay, wie die wollen Jetzt brauche ich ein Spülbecken Spül... äh, ey, mach doch das Spül Becken Becken Mhm Anschlüsse Badezimmer Ist denn das das Richtigste? Äh, Richtigste, genau Richtige? So, äh, sonstige? Nee Pflanzen, Lampen Dichstastienes Küchen, Haushaltsgeräte Brauche ich... Nein, 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 nein. Das hier. Ja, ist es auch. So, dann brauchen wir hier ein Kompakt-WC. Ja, hier die Toilette ist gut. Montieren. Montieren wir das Ganze mal, Leute. Spielbecken drauf, das drauf. Warum ist das jetzt das Falsche? Egal, gucken wir gleich nochmal. Wahrscheinlich wirklich hier. Ja, das war das hier. Das hier sollte es ja sein. Ja. Hatten wir ja den vorigen Aufgaben vorher auch. Jetzt habe ich mich wieder vertan. Egal. Geld umsonst ausgegeben. Nicht schlimm. Hauptsache, wir haben noch Geld. So, Schlauch ran. Zuschrauben. Da dran. Zuschrauben. Rein mit der Olga. Truff, truff. Und jetzt dicke Rohr noch. Damit das Wasser auch abfließen kann. So. Stecken wir drauf. Das drauf. Schon ist es fertig. Jetzt kommt die wundervolle Dusche. Sollte die so aussehen. Ah. Lol. Geil, Alter. Das finde ich echt immer geil gemacht, dass wir das Ganze montieren müssen. Die ganze Dusche noch. So. Das truff, das drauf. Wie soll man denn da vorher drankommen? Schlaumeier. Hä. Alter, wie geil. So. Und das drauf. Da festmachen. Okay. Die ganzen Scheiben. Der Scheibenhalter. Zum Auf- und Zuschließen. Das haben sie auf jeden Fall schön gemacht. So. Da auch nochmal. Ach. Das kann man mit beidseitig aufschließen, ne? Ja. Das finde ich geil. So. Hier auch nochmal ein Türgriff. Truff. Die beiden Seiten reinmachen. Schutzkappe druff. Geil, Alter. Nochmal für euch als Information. Ich nehme das gerade schon eineinhalb Stunden auf. Bin ich an diesem Haus dran. Eineinhalb fucking Stunden. Das ist schon heftig. Aber geht klar. Geil, Alter. Tschüss. Ich bin ja in der Dusche. Geil, Alter. Frische Dusche. Ja, das ist das Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Es ist das Badezimmer. Gott ist Gegenteil. Das ist das Badezimmer.